Und damit herzlich willkommen bei meinem Kanal SpyroDrecken. Ich fange mal irgendwas an, ich hatte mal heute wieder Lust. Und ich habe noch ein Spiel ausgestaubt in meiner Kiste und da habe ich gesehen, ich habe noch The Walking Dead. Jeder kennt ja die Staffeln, es gibt ja schon neun Staffeln oder so. Und wir spielen einfach mal. Ich habe ein bisschen angefangen, noch nie wirklich lang, weil ich nie wirklich die Zeit hatte. Aber bevor ich nehme, ich mir mal die Zeit und lasse uns da nicht ohne große Unschweife. Da ich noch Anfänger bin, mache ich natürlich mit ein bisschen Unterstützung. Und wir beginnen mit einem neuer Tag. Mit einer neuer Episode. Das ist die Season 1. Und würde sagen, let's go. Ein bisschen Zombie-Spaß. Diese Spielerei passt sich von die, also getroffenen Entscheidungen an. Skypound Entertainment. Der Walking Dead. Episode 1. Ein neuer Tag. Ich bin mir so. Green Band. Ich bin mir so. Undo dass er sich mit einem Jahrhundert kamen, ich bin mir so. Ich bin mir so. Ich bin mir so. Ich bin 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 so. Ich denke, du hast es nicht getan, dann. Das ist wirklich wichtig? Nein, nicht viel. Ich habe ein paar Leute nach dieser Präsenz gefahren. Lord weiß, wie viele. Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht getan habe. Und was sagst du dazu? Ich sagte ja, ich weiß, du warst es nicht. Du standst halt als Mike Melken. Ich weiß, dass ich jetzt schon das mache. I got nephew up at UGA. You teach there long? I got him a six year. You meet your wife in Athens? You wanna know how... Sure. Regardless, maybe you can't marry me, oh no. Or she had the wrong one. Shit, that would be really. Bleh. That's right. Wir befinden uns hier im Polizeiauto. Von mir normalen herzliches Willkommen zu der Walking Dead. Wie ein Fussi Baby auf einem Flugzeug. Und ich sage ihm, dass er ein Verhalten hat. Aber das ist ein Verhalten der Regierung. Und ich werde ihn verraten. Also, wenn er ein Verhalten hat, er beginnt zu kreieren für seine Mutter. Mutter, das ist ein großer Fehler. Das war nicht ich. Also, er hat das gemacht? Oh shit! Oh shit! Aua! 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 Und damit nochmal herzlich Willkommen zu der Walking Dead auf meinem Kanal. Mein Name ist Byro Dragon. Ich begrüße euch nochmal damit herzlich zu der Walking Dead. Oh nein! Oh nein! Jeder kennt die berühmte Serie. Ich dachte, ich fange einfach mal an. Und bringe euch in die Welt der Zombies. Oh shit! 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 Wir müssen uns jetzt hier irgendwie rausfinden. Irgendwie müssen wir doch einen Weg finden. Da kommen wir zumindest raus. Ist hier noch irgendwas? Äh, Handschellen. Ja, wir befinden uns in der Welt von The Walking Dead. Und wie komme ich jetzt hier raus? Bewege dich mit Hilfe des linken Sticks in Richtung Fernseher. Ah, okay. Ich muss mich noch ein bisschen einnehmen in die Steuerung. Okay. Sicher ist sicher. Ich werde mir mal die Wache hier greifen. Okay. 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 ein bisschen in die Waffe laden als muss ich jetzt erst den Polizisten der jetzt komischweise tot ist und ich bisschen kritisch bin ja ich bin ein kleiner Schisser und gerade bei solchen Spielen ist oh shit zurück 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 nachladen schielen oh gott dessen der war der erste zombie ach die Scheiße boah mein Herz flattert aber hey are you dead Und jetzt? Äh, ich komme gerade nicht weiter. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nicht noch mehr von den Typen. Oh, fuck. Ja, da sind wir gerade noch so entkommen, bei dem Zombie-Angriff. Oh, fuck. Hallo, jemanden? Jetzt müssen wir uns jetzt zwingen. Jemanden da oben? Keine Strecke. Ich bin nicht da oben oben. Dieses Fuß, wie es ist. Natürlich wieder an alkoholische Denken. Wir sind hier in der Rundgegend. Damit nochmal herzlich willkommen zu The Walking Dead. Hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Beuroträgen Games. Lange ist her, dass ich ein paar Projekte gebracht habe. Ich dachte für zwischendurch Sonntagsprojekt noch ein bisschen. The Walking Dead. Ja, wir sind hier jetzt mit diesen netten Herren gestrandet. Und ihr seht schon, hier ist alles schon im Bach runter. Ich weiß nicht, ob jemand ist Hause. Hallo, ist jemanden Hause? Ich werde ein bisschen Hilfe geben. Also ich mache immer 30 bis 45 Minuten Parts von The Walking Dead. Ich glaube, das reicht für euch schon mal zur Info. Und ja, wünsche uns viel Spaß bei der... Dann versuchen wir mal die Tür zu öffnen. Jeder kennt die berüchtigten Staffeln. Kurzer Ladebildschirm. Kennt jeder. Es... Das sieht nicht gut aus, die Hütten. Da ist sehr viel passiert. Es ist ein falsches Tag. Hier lebt dein Kind. Oh nein. Jesus. Autsch. Natürlich, haut's nicht auf die Fresse. Gerade eben sehen wir noch das Blut. Und wir sind voller Blut. Ach, die scheiße Tanze. Ja. Wenigstens was zum Trinken. Dann suchen wir uns mal hier rum. Hm. 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 Ein Funkgerät haben wir gekriegt. Ein Funkgerät haben wir gekriegt. Wir suchen natürlich alles ab, um... Ja. 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 Da sind drei neue Messungen. Da sind drei neue Messungen. Drei neue Messungen. Drei neue Messungen. Messer 1. Drei auf 5.43 Uhr. Hey Sandra. Das ist Diana. Wir sind noch in Savannah. Uh, Ed hat ein bisschen mit einem verrückten Mann mit einem verrückten Mann neben dem Hotel. So, wir mussten ihn zurück nach dem ER und haben ihn checken. Anyway, er ist nicht gut genug zu fahren. So, wir bleiben noch ein extra Tag. Danke sehr für mich nach Clementine. Und ich versuche, wir werden wieder in Zeit vor dem Frühstück. Messer 2. Left at 11.19 Uhr. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've gotta get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Okay, left at 6.51 a.m. Clementine, Baby. If you can hear this, call the police. That's 9-1-1. We love you. We love you. We love you. Shit, shit. Wait, here's a dog. I don't know. Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. Was ist dein Name? Ich bin Clementine. Das ist mein Haus. Hi, Clementine. Ich bin Lee. Wie alt bist du? Echt. Und du bist allein? Ja. Ich weiß nicht, wo jemand jemand ist. Wie alt bist du? Ich bin 37. Okay. Hallo? Sie haben dich? Ich bin sorry, ich bin hier. Wo sind deine Eltern? Sie haben einen Reaktion und mich mit Sandra verlassen. Sie sind in Savannah, ich denke. Wo sind die Böden? Du bist sicher? Ich bin in meinem Haus. Sie können nicht in. Das ist smart. Sie sehen? Kannst du mich sehen? Ich kann dich durch die Schmerzen sehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber und natürlich nicht auf dem Blut. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Kannst du dich? Es ist das weg. Anhi... Ich bin nicht. Ich bin nicht. черk, dieser schm� cybersecurity. Das war auch Geg wait. Ja, das war. Sorry, ich hab dich nicht schlecht. Ich glaube, dass etwas anderes getan hat. Vor mir, glaube ich. Ich habe sie gehört zwei Nachts vorhin. Vielleicht ein von den Monster hat sie. Zwei Nachts vorhin? Ja, das ist wahrscheinlich... Ja, ich will meine Eltern nach Hause zurück. Ja, jetzt haben wir hier schon eine Entscheidung. Sollen wir jetzt sofort abhauen oder nachdem die Sonne untergeht? Das ist jetzt die Entscheidung. Also, ich denke mal, es ist besser gleich viel mehr zu suchen. Weil in der Nacht sind die Monster mehr aktiv. Aber wenn wir jetzt in der Nacht gehen, wird es noch schlimmer. Let's go. Stay close to me. Dann müssen wir uns jetzt bewegen, vorsichtig. Wir folgen einfach mal der guten Clementine. Und gehen mal in Richtung Tor. Und gehen mal in Richtung Tor. Ich bin immer wieder mit Mama zu Hause zu Hause. Das ist zu sein. Es ist eine Nachtszeit. Es ist eine heiße Nachtszeit. Natürlich lassen wir sie nicht alleine. Wir werden uns nicht verletzt, wir werden uns nicht verletzt. Wir brauchen Hilfe. Wir versuchen hier rauszukommen? Weil wir sollten. Diese Dinge sind überall auf dem ganzen Ort. Ich habe nichts mehr als das in dieser Stadt, seit die Stadt in Atlanta, 15 Kilometer ab. Ich bin Sean, Sean Green. Lee, das ist Clementine. Ich bin Chet. Wir sollten nicht in der Öffentlichkeit sein. Wie geht es dir, wir helfen uns aus dem Weg, und wir nehmen dich und deine Frau aus hier, und nach meiner Familie. Es sollte sicher sein. Ich bin ein Dad. Um... Der Babysitter. Der Eltern sind aus der Stadt. Wir gehen. Wir sind nicht so weit. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Jetzt müssen wir uns aber reagieren. Ach du Scheiße. Ja, die entscheiden sind nicht nur einfacher Babysitter auf Nachbar, aber sicher ist sicher. Zumindest mal fürs Erste in Sicherheit. Hier im... Dank Gott, du bist okay. Ich war mir, dass es hier auch schlecht ist. Und wie immer, die letzten paar Tage. Brecken, die wegzüttelt, denkt sich seine Mare zu verabschieden, aber das ist nichts new. Ich hätte nicht mehr zurückgekommen können. Nein. Ich bin froh, dass du ihn mit dir genommen hast. Du hast ein paar Besucher gebracht. Dein Junge ist ein Lebensverlager. Ich bin froh, dass er eine Hilfe für jemanden ist. Also ist es nur du und deine Frau, dann? Oh, nicht seine Frau. Er ist die Babysitter. Sie, du kennst dich diesen Mann? Ja. Okay, dann. Well... Es sieht aus, dass du deine Beine ziemlich schlecht hast. Ja. Es ist nicht so gut. Ich kann dich nicht aus. Sean, geh mal in und schaue auf deine Frau. Du. 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 Es handfulig sein. Es könnte schlimmer sein. Das ist so, wie es so aussieht. Es scheint, dass alles gut in den Städten sind. Was hast du gesagt, was dein Name war? Es ist Lee. Schön, dich zu treffen, Lee. Ich bin Herschel Green. Wie ist das passiert? Ich bin mit einem Polis-Officer. Er ist ein Problem. Das ist so. Wo sind wir vor dem Auto? Ich bin aus dem Auto. Ich bin aus dem Auto. Die News sagt, Stay. Ja, das ist ein Fehler. Wir haben einen Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Auf der Straße. Wer bist du mit? Ich bin mit einem Polis-Officer. Er hat mir einen Rennen. Er ist sehr schön von ihm. Ich bin ein sehr schönes Mann. Die Haus ist voll mit meiner. Wir haben eine andere Flüchtlinge von drei in der Küche. Du und deine Frau sind willkommen da. Und wir sind hier. Ich habe dein Name, Frau. Clem... Clementine. Ich kann nicht vorstellen, was du durchleuchst, Clementine. Ich bin nach ihr, bis wir unsere Eltern finden. Hey, Vater. Ich denke, ich denke, das erste Mal morgen, wir müssen die Flüchtlinge über die Flüchtlinge verhindern. Das ist nicht notwendig. Ich weiß nicht, was du auf der TV oder hörst, auf der Radio. Aber es gibt ein bisschen ernstes Scheiße, auf der Flüchtlinge. Ich glaube, niemand weiß, wie groß es ist. Ich glaube, niemand weiß, wie groß es ist. Ihr Kind ist richtig, du kannst du dort fortieren. Dinge wie das nicht passieren, hier, Sean. Vater, ich bin ernstes. Lee, komm mal. erzähl ihm, was du da gesehen hast, Mann. Ich wurde von ein paar Menschen verletzt. Nun, mach was du, wie du solltest. Wir haben viele Sorgen, wie es ist. Lee und die Leute in der Flüchtlinge können in der Morgen helfen helfen. Wir müssen das machen. Wir haben das. Wir werden mit einer Infeckeln. Was machen wir dann? Wir werden wahrscheinlich nur noch einen Schuss auf dich schießen. Wir müssen das, wir werden es, wir werden es wiederholen, und du bist gut. Okay, das wäre gut. Es gibt die Flüchtlinge in der Flüchtlinge. Wir werden dich in der Flüchtlinge sehen. Wir werden dich in der Flüchtlinge sehen. Kommt morgen? Welche Weise du denkst? Verschliegen, ich glaube. Okay, dann. Wir werden dich in der Flüchtlinge sehen. Wir werden dich in der Flüchtlinge sehen. Mit Hilfe und Wunder verflügt. Wir werden dich in der Flüchtlinge sehen. Wir werden dich in der Flüchtlinge sehen. Oh, okay. Ich liebe dich, Baby. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hey, geh auf. Oh, ich hab angst. Na, du bist in der Flüchtlinge. Na, du bist in der Flüchtlinge. Lass dich nicht in der Flüchtlinge sehen. Aber ich glaube, dass dein Vater sie alle weggebracht hat. Ich bin, äh, kein Vater. Mein Name ist Lee. Ich bin Kenny. Vater, wir sind in der Bühne. Es gibt ein Trachter und alles. Wir müssen gehen, oder wir werden nicht hören. Das ist mein Mann, Ken Junior. Wir nennen ihn Duck, aber. Duck? Ja, nichts überrascht ihm. Ja, wie ein Wasser aus dem Duck, du weißt. Das ist ein wertvolles Wettbewerb. Kein Wettbewerb. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass er so dumm wie ein Bagel von Hammers ist. Dad! Aber er macht es für ihn mit Enthusiasmus. Die Wort ist, du warst auf Macon. Meine Familie ist von dort. Macon ist auf der Weg, und persönlich würde ich die Firma von einem Mann, der kann ein paar Hände zusammenbauen, wenn er muss. Vielleicht. Wir sehen uns, wie die Dinge mit diesem Herschel-Gang aussehen. Ha! Good luck with that. Er ist ein hartes Wettbewerb. Honey, Duck, das ist Lee. Und, äh, was ist die Frau's name? Clementine. Clementine. Duck ist ein sehr schönes Name. Danke. Wir müssen arbeiten. Wir haben alle gesehen, was diese Dinge können da sein. So, je schneller wir diese Bühne aufbauen, desto besser. Ich will eine Bühne bauen. Ja? Ich brauche einen guten Foreman. Du kannst auf dem Traktor sitzen und schreien mich an, wenn ich eine Wettbewerb. Auf dem Traktor? Cool! Duck und ich sind auch. Ich kann ein Augenblick auf deine kleine Mädchen hier auf dem Bühne halten. Wir können uns besuchen. Hallo, Krimi! Schön, dass du dabei bist. Mir geht's gut. Wie geht's dir? So, und herzlich willkommen zu The Walking Dead. Was ist das? Hm? Das freut mich doch, dass es nicht so weit geht. Clementine. Oh, ähm. Wie war das? Es ist einfach. Ja, ja. Also, du bist gut? Ja, wie gesagt, ich hatte gesundheitliche Probleme und sehr viele Termine dadurch und... Ja. Aber jetzt bin ich soweit wieder fit. Ich bin ein Veterinarian in Fort Lauderdale. Wie Herschel hier. Except... mehr mit Hähn und Katzen. Und... nicht mit Hähn. Was ist das, du machst, Lee? Ich studiere an der Universität von Georgien. Wir müssen, dass wir wieder zurückkommen können, Lee. Wieder zurück zu normalen. Es kann nicht so sein. Ja. Mein Fehler. Wir werden alle bald nach Hause sein. Wie hast du dich durch die Stadt geklappt? Ja, also mir geht's jetzt auch besser und ich hatte in der letzten Zeit auch viel Berufsiges, so wie du gerade, wie ich gerade lese. Und da ist man halt nicht viel, aber ich versuche jetzt mehr am Wochenende raus zu bringen, dafür unter der Woche weniger, dass ich wenigstens wieder meinen Kanal ein bisschen machen kann, ja. Und heute, wie gesagt, ein bisschen Walking Dead. Wie gesagt, wie du, bevor du das alles wusste. Niemand in ihrem richtigen Mind. Familie, Barbecues, Beers mit guten Freunde. All diese Dinge. Das sind die Dinge, die wir leben für, richtig? Mit denen weg, was ist der Punkt? In ein bisschen zurück. Okay, Lee. So, wir sind auch hier auf der Farm und sollen dir jetzt ein bisschen helfen. Jetzt schauen wir mal. Reden wir mal noch mit dem Kenny. So heißt er ja. Hey there, Kenny. How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky, I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschels. We're a tough family, Lee. We're a tough family, Lee. We're nothing that faces us. 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 If you can miss him, I'll play it too. Need any help? No. I think I got it. Do you need any help? What do you mean? What do you mean? And taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids your own? I think I've got it handled okay. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman. Catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See ya. Yeah. Und ein Lodge Shot mit Leveln und Riesenkarte. Hört sich gut an. Muss ich dann auch mal spielen, definitiv. Wenn du sagst, das ist gut, dann muss ich's natürlich auch mal irgendwann spielen. Sofern die Zeit kommt, natürlich. Der kleine Junge auf dem Traktor, wer träumt nicht davon. Bis jetzt ist noch alles idyllisch hier. Ich glaub, das kriegt man hin. Bisschen Segen. Das ist cool, wenn wir das nicht sagen, Leute. Dann muss ich das mal in Schwabienkneid vorschlagen. Im Momentan machen ja viel mit GTA, ich und der Schwabienkneid. Haben wir gestern schon was gemacht und werden wir noch machen. Aber wenn das Spiel auch gut ist, werden wir es natürlich auch mal. Oh, jetzt hab ich vergessen was zu. Oh. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. Mhm. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. Oh. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Es freut mich, Krimini, dass du einschaltest. Nochmal danke dafür, ne? Thanks again for the ride. Ja. Auch Grüße hier in meinem Video an den guten Schwabienkneid, der die letzte Zeit auch viel zu tun hat. Aber auch bestimmt bald wieder Videos kommen auf seinen Kanal. Not so. Mal. How did you get out of Atlanta? Ich habe eine Runde und dann bin ich in eine Runde gegangen. Ich ging bis dein Junge gefunden. Hm, du bist gar nicht mehr für wen. Diese Farbe ist eine schöne Plot von Land. Ha, hätte du mir 20 Jahre hergestellt, dass ich das noch machen würde, ich hätte dir gesagt, dass du voll von Krab. Es gab nie einen Plan, einen Ort zu haben. Es war in der Familie, und ich glaube, so war ich. Das war die Familie. Ja. Wo ist deine Familie jetzt? Eltern, Frau, Frau, Frau? Meine Eltern sind in Macon, mit meinem Bruder. Ich hoffe, dass sie gut sind. Aber jetzt hast du diese kleine Mädchen zu beschäftigen. Clementine, ist es? Du hast gerade auf sie? Ich wurde attackiert und sie kam zu meinem Schutz. Hm. Okay. Ja, also ich finde, es ist eine kindlichere Grafik, als ich jetzt... Was ist das? Ich weiß nicht, wer du bist oder was du getan hast. Wir sagen, dass Dinge nicht besser werden in den Städten. Oder sie besser werden, bevor sie es tun. Du musst auf die Honestheit der Strecke machen, wenn du dich machen kannst. Und wenn diese gleiche Leute die Frage von dir zu fragen, dann wirst du in Gefahr. Ja, leider ist solche Spiele mit viel Gelaber. Aber ich dachte, ich mache es jetzt mal heute. Das kleine Sonntagsspecial Walking Dead kennt jeder. Zwischendurch mache ich auch mal den nächsten FIFA und andere Sachen. Ich habe dich. Penny! Hilfe, bitte! Penny! Ich bin gut, Papa. Ich bin gut. Ich kann dich schützen, nicht zufrieden. Ich werde dich schützen. Ich weiß nicht, Papa. Ich weiß nicht, small. Ich bin gut yaétais. Ich bin... ein Affiliate sich. Ich... Oh ja. Ich schneide dich... Was ist das? You don't get to be sorry you tried to help him he's piece of shit let him die If Kenny have helped soon be alive and that's why I'm dead Please just go get out and never come back Yeah, also ich guck, dass ich verschiedene Projekte reinbring wie gesagt und ich guck auch mal nach neuen Spielen werden es bald mal reinkommen So wie Town of Light, ein paar Horror Sachen, aber auch ein paar normale Sachen, viel mit GTA möchte ich reinbringen Weil ich GTA gesagt gerne habe, ja Und wie gesagt Wir sind jetzt hier in der guten Stadt Also ein Kapitel weiter, wir haben jetzt ein Kapitel gemacht Ja, wir sind jetzt hier Auch in der verlassenen Stadt, jeder kennt ja so Zombie-Apokalyptien Danke dir auch, viel Spaß beim Motorradfahren Ist auch ein tolles Hobby mit Motorrad Aber fahr vorsichtig Krimini, ich möchte hier keine Unfälle hören Aber ansonsten viel Spaß Aber danke für den entspannten Sonntag Das wünsche ich dir natürlich auch Sehr gut, Krimini, bin stolz auf dich Sehr gut, Krimini, bin stolz auf dich Sehr gut, Krimini, bin stolz auf dich Aber trotzdem, Krimini, viel Spaß beim Motorradfahren Und Krimini, bin stolz auf dich Karlie und Glenn haben einfach rausgekommen Sie ist die Lieder hier, aber sie sieht, wie sie verletzt die Leute Wenn du in meinen Schenstern bist, du wärst der Holy Shit Son Of a Bitch One Of them Is bitten Er war nicht gebrochen. Er war nicht gebrochen. Wir müssen das jetzt enden. Über meine totale Körper. Wir fangen in eine hole. Nein, ich hab ihn nicht gebrochen. Er ist gut. Er ist gut. Nicht die Leute verstehen? Wir haben schon gesehen, das passiert. Wir lassen jemanden mit einem gebrochen bleiben, und wir enden gebrochen. Shut up! Wir müssen ihn wegziehen, oder er hat ihn gebrochen. Penny! Stop ihn! Was machen wir mit diesem Mann? Dad, es ist nur ein Mann. Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst ihn schlafen. Wir schlafen ihn. Das ist das, was ich denke. Jeder, schau mal! Niemand macht nichts. Shut up, Lilly. Und du, schau mal. Sie werden uns finden, und sie werden hier rein. Und nichts von dem das will funktionieren. Aber jetzt, wir werden uns in hier mit einer dieser Dinge gebrochen. Was ist das? Er ist gebrochen! Das ist wie du schlafen! Er ist nicht gebrochen. Bitte stopt das. Er ist ihn schlafen. Oh, ich schlafen ihn. Er ist schlafen. Er ist schlafen. Es ist Larry, richtig? Mann, das ist sein Kind. Schau mal. Ich habe eine Frau in hier. Du hast eine Frau in hier. Du hast eine Frau in hier. Du hast eine Frau in hier. Wir haben alle Leute in hier. Wir können das herausfinden, ohne jemanden zu töten. Das ist eine andere Art. Ja. Mit einem Schlafen. Ich werde ihn töten, Kat. Ich werde ihn töten. Warte mal über Duck. Lee! Ja? Es gibt jemanden in hier. Es ist gerade geschlossen. Die Karte ist hinter dem Schlafen. Wahrscheinlich. Hey! Ich bin nicht der Schlafen hier. Ich bin nur für meine Frau. Nein. Du bist nur der Schlafen, um zu töten zu töten. Er ist schlafen in Schlafen. Sie finden den Schlafen. Sie finden den Schlafen. Und wenn sie so... Er wird die erste, dass er seine Schlafen in seine Frau schlafen wird. Dann, wenn sie sterben, er wird wahrscheinlich schlafen auf deine kleine Frau. Es ist ein kleiner Junge. Ich glaube, wir können ihn erheben. Ein kleiner Junge? Er wird ein nicht kontrollierender Mann-eater. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und wir werden ihn jetzt raus. Jetzt! Du bist richtig, Mann. Der Mann ist eine Zeitbomb. Und er hat sich geschlossen. Lee? Das ist mein Mann, Lee! Mein Mann! Wir können nicht! Ich bin sorry, Kämpfer. Er ist richtig. Das geht um die Überlegung. Nein, er ist nicht fit. Schau, er ist clean. Nicht ein Schlafen. Nicht ein Schlafen. Nicht ein Schlafen. Was denkst du daran? Es ist Larry. Und ich bin schlafen. Ich bin sorry. Gut. Schau. Wir sind ein Schlafen hier. Mit all den Schlafen, können wir in der Siege stehen. Und wir besser starten fortisieren. Ich arbeite an das Schlafen zu machen. Gut. Dad, sit down. Ich bin gut, Lilly. Dad, bitte. Gut. los ist Erik. Vierte. 245 002 mm solltgen. Be voll. Jetzt! Gut. fountain! Vierte. Ve strafen, Herr Euren, das ist gelade. Vierte. Mann. Du okay? Das ist gut, danke. Leute? Alle runter. Stay quiet. Sie werden in den Schrauben. Ist das die Militär? Ich weiß nicht. Danke Gott für was, was es ist. Wir haben fast zu sterben wegen dieser Scheiße und der Ritchie Triggerfinger. Das war dumm. Das war... Dad! Was er derjenige? Nein! Keine Worte! Das ist sein Herz. Meine Pils. Nitroglycerin Pils? Ja. Wir sind weg. Wir haben versucht in die Pharmacien, seitdem wir hier sind. Bitte versuchen wir in die Pflege. Nach dem Schrauben, wo die Pils sind. Wir haben noch eine andere Ente. Vielleicht durch den Offen. Wie wissen Sie das ist ein Offen? Er, Educated Gas. Es ist nicht wichtig. Wir brauchen Nitroglycerin Pils. Wir brauchen die Pflege. 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 Wir können hier in die Pflege. Wir können hier in die Pflege. Ich denke, dass diese Pflege nicht eine Permanente Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht genau Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle aus der Untertäunung machen können. Fast. Agreed. Und ich gehe raus und fahre Gas. Es ist ein Motel, nicht zu weit von hier. Out nach dem Ende der Pflege. Ich arbeite meine Weg nach dem Weg, und dann zurück zurück, sichern was ich. Plus, ich bin quick. Und ich weiß, dass ich es machen kann. Local? Born und erwähnt. Wenn du das machst, hier ist ein Walkie-Talkie, wenn du in die Zeit hast. Hopefully, du nicht brauchst. Cool. Clementine hat die andere. Check in with her and get back here as soon as you can. Und du? Was ist dein Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Keep a good eye on him. Diese Jäuern will work on getting you your medicine. Das ist richtig. Und du? Du keep an eye on that front door. Du bist unser Lookout. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay Carly. Du wirst mit Doug mit dem, wenn er braucht es. Für jetzt, get some rest. Du bist ein guter Schatz. Und ich würde es so halten. Du hast es, Boss. Now get him those pills. So, an der Stelle beende ich mir mein Let's Play Hoy für heute. Für den Sonntag. Am nächsten Sonntag geht es weiter mit der Walking Dead. Weil mir wird zukünftig mehr am Wochenende stattfinden an Let's Plays sag ich euch. Unter der Woche nur eventuell wenn ich die Zeit finde. Und ich wünsche euch damit einen wunderschönen Sonntag noch. Dir lieber Krimi noch eine schöne Motorradfahrt wünsche ich. Und an allen viel Spaß bei den nächsten Let's Plays die noch von den anderen kommen. Schaut bei Anime Girl rein. Es gibt lauter schöne Let's Player. Schaut bei den guten Zwarvenkneid rein. Und natürlich um nichts zu verpassen. Liked da lassen und abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Euer Spyro Dragon Game.